Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Wie süß, hier kuscheln Leni Klum und ihr Adoptivpapa Sio. Da hat sich aber jemand sehr lieb. Heidi Klum, 49, und Sio, 59, waren von 2005 bis 2014 verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Henry Samuel, 16, Johann Samuel, 15, und Lou Samuel, 12. Töchterchen Leni Klum, 18, stammt aus der früheren Beziehung des Molls mit Flavio Briatore. 2009 wurde die 18-Jährige von Sio adoptiert. Während die Beauty in die großen Fußstapfen ihrer Mutter tritt und als Model große Erfolge feiert, hat sie sich jetzt eine kleine Auszeit genommen. Leni und Sio genießen einen Vater-Tochter-Tag. Neueste Paparazzi-Schnappschüsse haben einen schönen Moment zwischen dem Sänger und seiner Tochter eingefangen. Die zwei waren gemeinsam in Beverly Hills unterwegs, als sie sich innig in die Arme schlossen. Sio war komplett in weiß gekleidet, Leni trug ein lässiges Scraptop mit einer weiten blauen Jeans. Dass Leni und ihr Vater ein gutes Verhältnis zueinander haben, ist längst kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Sio, wir sind sehr eng miteinander verbunden. Das war schon immer so von dem Tag an, als ich ihre Mutter kennengelernt habe. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.